Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Runde von Beyond the Steel Sky. Ja, wir haben vor ein paar Tagen das schöne Spiel, was sich im Nachgang dann wirklich gut entwickelt hat. Am Anfang ein bisschen träge und zäh, wo wir viel von der Steuerung und von Art und Weise und von der Umgebung und der Hintergrundsstory und viel, viel Dialog erfahren und kennengelernt haben. Und dann später ist es doch sehr, sehr stark angestiegen, für meine Verhältnisse jedenfalls. Und ich finde es sehr, sehr gut bisher. Und wir haben zum Schluss, glaube ich, beim letzten Mal mit ihm dort gesprochen. Wir haben einen Hinweis bekommen für ein altes Area Code, also sprich Postletzahlen-Gedöns. Und das müssen wir jetzt irgendwie ausfindig machen. Wir brauchen dazu weitere Informationen. Und, ähm... Geht nicht, schade. Ähm, ja, und wir könnten... Wir haben mit ihm hier, wie gesagt, gesprochen. Sein Meister wohnt gegenüber von uns. Ich werde mal gucken gehen. Ansonsten schauen wir uns mal uns da noch draußen oben an. Da habe ich gesehen, dass der vom, äh, vom Ministerium da rumlungert. Was auch immer der da macht. Da unten sieht man den, glaube ich, oder? Da... Da hinten. Der, der die Hand hält. Da, am... Da, da. So. Und was richtig interessant ist, aber das werden wir wahrscheinlich nicht erleben, ähm, beim Spielen jetzt hier. Also das wird erst passieren, wenn wir fertig sind. Es wird eine deutsche Synchro geben. Die wird nachgereicht. Ähm. Der, 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 der... 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 Mentor, given your experience, your input hier würde be greatly appreciated. Arana, ja, das ist es? Ihr schreit mich als ein guter, junger Officer of the Ministry of Wellbeing. Würdest du sagen, das ist eine... ...definite... ...description? I'm fluttered, Sir. Your record is exemplary, I believe. I do my best, Sir. I'm sure you do. So please, don't let me down. Fix this mess. Mess? You mean the girl? The whole untidy situation. Yes, Sir. Attagirl? Keep a smile on your face. After all, it's Aspiration Day, isn't it? The happiest day of the year. I'll take care of it, Sir. I know you will. By the way, a call to pest control wouldn't go amiss. Of course, Sir. Meanwhile, I shall isolate this area until this unfortunate incident has been resolved. Thank you, Sir. I appreciate your advice. Oh, we're all here to learn from each other. Take care now. Miss? Pardon me, miss? Who, me? Hey! You can see forever up here. You know, be free! Miss, you have to be careful. Careful or care less? I know which one I want to be. Why don't you come down, yes? Miss Dijon, is that right? Raquel Dijon. Yeah! That's... me. I... I think... Raquel! Raquel? Did you say Raquel? You need to come down. What? Where am I? Oh no! Help! Help! Hearing her name, it triggered a total change in the girls' behavior. Okay. Äh... Untersuchung. Na, vor die. Komme ich da irgendwie hoch? Ah, warte mal. Ich muss den... Nimm. Ja, 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 ja. Warte mal. Der muss den unten sauber machen. Der muss den unten sauber machen. Ähm... Wo ist das? Das ist es... Oh, es geht nicht mehr. Oh. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-west. Oh, jetzt stehen sie alle draußen. Warte mal, ich red mal hier mit dir. Wir haben bestimmt Zeit. Okay. Haha, okay. Eine Professionelle. Huh? Mhm. Das ist, äh, äh, Robert Foster aus dem ersten Teil, richtig. Da war er ein bisschen pixeliger. Haha. Das haben sie deswegen gut umgesetzt, weil sowohl im ersten Teil wie auch bei Lue of the Tempers, das war nochmal da, sowie hier der Comiczeichner Dave Gibson seine Hände im Spiel hatte und dementsprechend hat es ja auch diesen, sagen wir mal, Comic-Touch zwischendurch. Okay, warte mal. Ah, hier ist das Ding jetzt. Auffüllen auf Level. Das heißt, das muss ich, der darf nicht mehr weitermachen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, na komm, hier ist doch bestimmt mal ein bisschen mehr. Ja, jetzt, warte mal. So, was haben wir? Wir haben Auffüllen auf Level und Putzen. Ne, die passen nicht miteinander. Aber hier, ich kann, ich kann ihn wieder nach innen schicken. Das sollte helfen. So, der Putz-Bot, der müsste jetzt nach drinnen gehen und dort jetzt putzen, weil ich die Anlage gehackt habe. So, kriege ich jetzt ein Eis? Oh, wir können dir was geben. ein Brecheisen. Jetzt macht er hier sauber. Und müsste jetzt nach da hinten fahren und dort Wasser holen. Okay. So, wie kommen wir an die Dame ran? Ich habe hier überall Wasser angemacht. Ob ich das muss, weiß ich gar nicht. Vogeldeig? Okay. Kann ich nichts benutzen da dran? Ich weiß nicht, ob ich das Wasser hier brauche. Okay. So, ich gehe mal in unsere Butze. Aber das wird nicht helfen. Du kannst du helfen? Chipworth. Fenster. Warte mal, vielleicht können wir... Vielleicht können wir... wieder rausklettern? Oder ist der Vogel wieder da? Ah, vom Nachbarn. Warte mal, vom Nachbarn. Nachbarn, 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 Tür auf. Nachbarn, wir müssen zum Nachbarn. Genau, Chipworth. Genau richtig. Was tust? Achso, du gießt. Können wir hier nichts hacken? Außer die Werbung? Okay. Der hat nichts. Was können wir denn jetzt? Können wir mit dir reden? Und ich will ein bisschen schreienbasiert. Entschuldigung? Ich möchte ein Komplett machen. Bitte, beide von euch. Ich bin ein Wohlfärgerin. Ich weiß, wie man mit diesem Problem mit diesem Problem verhalten muss. Ich muss nur die Negotiationsprotokolle checken. Danke, dass die Ministerin hier aufhört. Es ist alles sehr verständlich. Warum? Achso. Ach, der hat es gesehen. Bravo, Miss. Sit tight. Wir werden dich bald runter haben. Was ist dein Name? Ah! Ihr Name ist Raquel. Jetzt, bitte. Raquel? Aber natürlich macht das viel Sinn. Warum? Sie hat mir gesagt, dass ihr Name war Ratgirl. Aber es scheint, dass ihr groteske Moniker signiert etwas mehr als eine deplorable deficiency von elocutionary Attainment ist. Ratgirl, indeed. Bitte, gentlemen. Jetzt ist nicht die Zeit. Anyone hat eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Never use a simile, wenn eine Metapher suggeriert... Was? Ich bin in der Mitte von einer Aspiration des Poems. Aber meine Lexikonik cupboard ist bare, so to speak. Hence the requirement for... Wait, ist diese Idee... About your poem? Well, yes. You asked if anyone had an idea. You were not specific to the context. Anyone got any ideas to help the girl? Ich bin immer noch über diese Ministry Protocol, aber, ehrlich gesagt, wir haben eher off-script. Keep looking. I'll see if I can find a practical solution around here. Genau, dafür sind wir hier. What are you painting? Sir, please, you're not helping. What? I didn't... I don't know. Her work is rather inspired, don't you think? I do believe Art may be her calling. Please, both of you. Help me! Can you see any way down from there? No! And everything's wet now, thanks to that robot. Ja, den haben wir da hochgeschickt, damit sie unten hätte malen können, ne? Can you see any way down from there? No! And everything's wet now, thanks to that robot. Hold on. We'll work something out. Think you can get on the robot when it passes? I... I can try. But... But what if... We'll catch you. You can do it. I rather doubt she can. Can't you try and be more encouraging? You have a reasonably good eye for aesthetics. Thank you! Now, grab on tight. We'll be right underneath you. You'll be fine. Human grip strength is famously reliable. Only in short bursts. Okay. Here goes. Um... Um... Ub, der, der Roboter ist noch nicht fertig. Moment. Moment. Ich... Kann ich ihn programmieren? Ehm... Putzen, putzen, putzen. So. Komm raus. Du musst nach oben. Du musst oben sauber machen. Excuse me sir? Ja, 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 ja. Jetzt aber, komm. Ähm, du kannst, du kannst jetzt... So, was, 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 was? Was kann ich jetzt hier tun? Wir könnten dem Putzroboter gegebenenfalls noch irgendwas Inletarmäßiges antun, hier. Ah, warte mal, der spritzt alles voll. Warte mal. So rum? It was a hand scanner. Moment. Wir müssen noch mal eine Spur warten. So, jetzt ist er voll. Jetzt muss er kurz warten. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ansonsten müssen wir den noch mal umprogrammieren. Okay. Er ist jetzt trocken. Und er bleibt jetzt trocken. Komm, jetzt muss es aber funktionieren. Ja. Ich mag diese Art von Puzzles gerade wirklich sehr. Wir haben uns schon durch. Auch nicht an uns, richtig? Auf alle Fälle ist er nicht so sackig. Mr. Grundy. Oh, Mr. Grundy. Mr. Grundy? Bravo, Mr. Grundy. Your actions in this situation were sublime, albeit unconventional. The local noise levels have already returned to normal, and the building will soon sparkle again. I'm more concerned about the girl. Is she going to be okay? Yes, yes. Blah, blah, blah. And all that. Officer, wouldn't you say that Mr. Grundy's actions today weren't a kudos boost, hmm? Of course. Thank you for the suggestion. Tarquin, miss. Orana. Orana Newblood. Yeah, like the guy said. Graham Grundy. Mr. Grundy? Yeah, Mr. Grundy. Will she be in trouble for the graffiti? Well, no real harm done. The droid will clean us up, eventually. That said, her kudos rating will take a hit. All because she defaced Joey? People loved Joey, and what he did for us. Joey was my friend. We did so much together. Well, he might be gone, but he's not forgotten. You can find out about our savior at the Museum of New History. You mentioned I could find out about Joey in a museum? Yes. The Museum of New History has exhibits about how he transformed the city. I'd recommend it to anyone who wants to learn about him, and his legacy. A museum dedicated to Joey? He'd be proud of that, for sure. Well, it's not all, Joey. They have a special exhibit about the previous administration. Mhm. Old technology, maps, that sort of thing. My advice there is to avoid dwelling on the past. Anyway, taking in some culture is good for you. Find it at the Piazza, if you get the chance. Karten, wir fragen nicht danach hier. I'm on the trail of a missing kid called Milo. I think he's somewhere in Union City. That shouldn't be difficult. Any greeting terminal will be able to find him via YouTube. No, that won't help. He was brought here from the gap. That's not possible. I assure you. Where did you say you worked, Mr. Grundy? That'd be the Ministry of Comfort. I suggest you concentrate on your work and leave well-being issues to the appropriate ministry. War das richtig zuvor? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Konsequenzen hat. So, do you work here? I'm an officer for the Ministry of Well-being. You often have to talk girls off high-ledges? My first one. You did a good job. Thanks. What is the reflection spa? What is the... Are you feeling okay, Graham? Everyone this side of the industrial level has heard of reflections. Oh, you mean that reflection spa. It's been a long day. Next you'll be asking me to tell you about this Joey guy. No, no, I'm familiar. Raquel. Is she always like that? What do you mean? Well, I met her earlier and she seemed like a totally different person. She's been through a big ordeal. Nothing that a trip to the reflection spa won't sort out. How is the girl doing? She'll be fine. This sort of trauma is best handled at the reflection spa. So, ich hoffe, ich kann das hier fragen. Does the location E1594 mean anything to you? Well, E1594? That's just an area code based on the old map system. Totally obsolete. That system hasn't been used for years. E1594 was an obsolete code. There had to be a way of finding that location. Im Museum. Im Museum. I guess I should get going. Yeah. Well, thanks for your help. I suppose I should thank you too. Yeah. No problem. You take care. You too, Mr. Grundy. If you need any well-being support, just ask for me at a greeter terminal. Yes. Come on, Raquel. Let's get you to the spa. You'll be feeling better in no time. No need to worry, Raquel. You're safe now. Happy faces all around, right? In fact, this calls for a celebration. It is Aspiration Day after all. Oh, goodness. Is it? All day. And you know what would be the best end to a day like this? A trip to the reflection spa. I'll pull a string or two. And we'll get you straight to the front of the line. Das... Oh, da war doch die junge Frau. Guck mal hier. Jetzt ist die junge Frau weg. Ja, ähm... Ich ahne schon, wo wir hin müssen. Ich geh mal kurz zu meiner Frau. Also der... 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 Der Erfundenden. Ja. Ja, Frau Songbird. Wollt's auch schon mal immer größer sein als ich, oder? Ach, Spiel. Was machst du nur, Spiel? Ne? Das ist doch super. Guck mal, da kann man sehen, dass unter den Klamotten nichts ist, ne? Von innen ist keine Textur. Kann man durchgucken. Da. Da. Ahem. Ähm, ähm. Ja, ja, ich bin hier. Excuse me, Songbird. Hello, Husband. Erfunden... Nee, Daten geklaut ist sie. Thanks. Yeah, bye. Das ist das... Ahem. Ahem. Warum ist sie so weit oben? War das Spaß? Und ich habe gelernt, eins und zwei sind Quick-Safe-Slots, ne? Bup, 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 bup. Das ist, das ist gut. Und dass man manuell speichern kann. Das ist umso besser. Ach, das ist herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Danke.